Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Ich bin zwar noch nicht ganz gesund, aber ich konnte schon mal wieder in den Garten. Eine Kleinigkeit möchte ich heute auch gerne machen. Und dafür habe ich hier Saatgut. Ich habe heute auch Post gekriegt, was Saatgut angeht. Und zu den Dingern möchte ich euch noch was erzählen. Also vorweg, macht euch keinen Stress. Anzucht, Aussaat, ihr habt noch alle Zeit der Welt. Und deswegen werde ich auch bei den Dingern gleich mal anfangen. Für die Anzucht kann ich euch die Dinger hier empfehlen, so Anzuchtplatten. Da gibt es, ja, ist immer zweiteilig. Hier unten so eine Auffangwande mit Löchern drin, dass das Wasser abfließen kann. Und dann halt die Geschichten mit Löchern unten drin. Die hier sind schon ziemlich alt, viele Jahre im Gebrauch. Die gehören nicht mir, die gehören dem Herbert, bei dem ich auch letztes Jahr meine Pflanzen anziehen durfte. Da habe ich das halt mit der Papp-Variante probiert. Und ich finde das sehr fragwürdig. Dazu habe ich aber letztes Mal im letzten Video schon was gesagt. Soll uns heute weiter nicht mehr kümmern. Also, ihr habt noch alle Zeit der Welt. Was ihr machen könnt, benutzt euch diese Dinger. Ich fange mit der Voranzucht, was Tomaten und so weiter angeht, auch Paprika und Chili nicht vor nächsten Monat an. Ich denke, erste bis zweite Woche in dem Dreh wird es passieren, damit ihr auch rechtzeitig noch loslegen könnt. Also, Mitte März ist eine gute Zeit. All der vorige Stress mit Lampen vorziehen und so weiter. Das macht nicht wirklich Sinn. Das Energieverschwendung. Ich finde das viel sinnvoller, wenn man irgendwie im Garten die Sachen so verteilt, dass man über den Winter ernten kann oder von seinen Lagerbeständen ein bisschen leben kann. Und so früh im Jahr anzufangen, dass man schon im Januar mit Lampen oder so, ist nicht so meine Welt. Das soll jeder so machen, wie er möchte. Ich für mich möchte ein bisschen Energien sparen, Lieferwege und so weiter und so fort. Und Strom, das muss alles nicht sein. Deswegen, die Dinger, die kauft ihr euch einmal. Besorgt euch da was Gutes. Nicht irgendeinen plünen billig auf Ebay geschossen. Ich verspreche euch, wenn ihr da Geld spart, dann oder sparen wollt, werdet ihr im Endeffekt kein Geld sparen, weil wenn ihr die billigen Dinger holt, das ist Plastik, das bricht euch weg im Garten. Plastik verteilt euch, verteilt sich dann auch bei euch im Garten. Ich glaube, das wollt ihr alle nicht haben. Legt ein bisschen Geld an, investiert in gute Anzugplatten. Die gibt es übrigens auch in verschiedenen Größen. Das ist jetzt eine, es gibt noch kleine, es gibt noch größer. Das, was ihr so haben wollt und braucht. Ich werde auch verschiedene Größen benutzen. Und ja, legt ein bisschen Geld an, informiert euch, was was taugt. Da gibt es ja auch Tests und macht euch ein bisschen schlau. Ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen, da bin ich mir sicher. So, genug zu dieser Sache. Ich werde euch jetzt einfach nur nochmal zeigen, was ich hier Schönes habe. Auf der Tüte steht drauf Februar Freiland. Und da haben ein paar Sachen zu mir gefunden. Ich hole euch jetzt erstmal näher ran. So, jetzt haben wir das hier alles draußen. Und ich zeige euch mal eins nach dem anderen. Wir haben hier einmal Spinat. Gleich in verschiedenen Sorten. Dann haben wir die dicke Bohnen. Dann habe ich mir Sommergerste besorgt. Hier steht zwar Smoothiegras drauf. Das war jetzt nicht der Grund, warum ich es gekauft habe. Aber die Sommergerste, die interessiert mich. So, und dann habe ich noch von der Nadine Kresse bekommen. Die ist eigentlich für die Fensterbank. Ich möchte das aber im Freiland ausprobieren, weil die können ein bisschen größer werden. Ich habe das bei Permaglück gesehen. Und ja, ich möchte das einfach mal machen. Hier haben wir nochmal den echten Spinat Matador. Ist also doppelt nicht so wichtig. Und die mauretanische Malve. Das ist eine meist zweijährige Staude. Kann man bis zum Februar direkt Saat ins Freiland machen. Deswegen, das soll bitte alles noch sein. Und ja, für den Rest schauen wir mal. Das ist das, was man jetzt machen kann. Ich habe ja gesagt, ich habe hier noch Post gekriegt. Also, da ist noch ein bisschen was drin. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Das sind Sachen für die spätere Aussaat. Die habe ich mir gestellt. Und, na, ist hier noch ein Brudel? Ne, ist es nicht. Und das sind jetzt, das möchte ich euch nicht voreinteilen. Mais, Mais, Mais. Drei verschiedene Sorten. Also für jetzt uninteressant. Genauso wie die Tomate. Uninteressant für jetzt bei den Eiszapfenradieschen. Ja. Ist erst nächsten Monat dran. Auch im März. Also, die ganzen Geschichtchen, für heute uninteressant. Hier haben wir was doppelt. Guck mal, hier haben wir nochmal dicke Bohnen. Ne, egal. So, und bevor ich jetzt die Sachen angehen kann. Das Gras ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, Spinatsorten auf jeden Fall. Denn die mauretanische Malwe. Schönen, frischen Aussaat beglücken dürfen. Ja. Was machen wir denn jetzt als erstes? Aufräumen, 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 aufräumen. Müssen wir jetzt nicht dabei sein. Ne? Ich gehe direkt in den Bete. Und, äh, ja. Hopps nur mal rüber. So. Der Bereich hier ist ein ganz schöner Ort. Hier rechts habe ich ja die Salate. Und, äh, wenn ich hier mal so gucke, was könnte ich hier hinpacken. Die, ich habe jetzt vier Sachen mitgenommen, bei denen ich anfangen möchte. Spinat, die dicken Bohnen und die Malwe. Malwe und dicke Bohnen kommen erstmal woanders hin. Äh, ja. Das soll mein Wunschbeet werden, was das angeht. So wie es jetzt ist, funktioniert das noch nicht so ganz. Deswegen, hier werde ich mal locker durchgraben. Und, äh, immer so ein, zwei, drei, vier rein. Spinat, würde ich sagen. Da ist noch jede Menge Platz für andere Sachen später. Mit dem Salat bin ich ja gut bestückt. Das sieht auch soweit gut aus, was ich von hier sehen kann. Haha, der Rosenkohl steht auch noch. Hm. Ja. Blick ich einfach mal los, ne? Hol ich mal die Grabegabel und dann kommt der Spinat in die Erde. Los geht's. Oh, schöne Erde. Na, was haben wir hier denn? Eine Zwiebel, was auch immer Zwiebel. Ja, riecht nach Knoblauch. Ja. Oh, da ist noch Aktivkohle. Mach nix. Was heißt, mach nix, ist gut. So. Guck mal, das war es schon fast. So einfach geht das. Man braucht nicht immer hier immer alles so. Wisst ihr, was ich meine? Macht euch das Leben einfach. Ich glaube nicht immer der Vorgabe, dass immer Unkraut geht und immer und ständig dran ist. Unkraut ist ja sowieso so ein Begriff. Lieber Beikraut. Ich sag ja selber auch Unkraut. Ich weiß nicht. Aber richtig ist es ja nicht. In dem Sinne. Alle Pflanzen haben irgendwo ihre Berechtigung. Ja. So. Das soll es schon fast gewesen sein hier vorne. Was kann man hier noch machen? Die Dinger, die kann ich mal ein bisschen hier wegzapfen. Oh, da sind ja Steine. Zack. So, jetzt einfach mal der Hage drüber. Ich habe die Schaufel mitgenommen, falls ich noch Erde brauche. Also ich weiß, was hier alles wächst und noch so dazwischen ist. Also das ist mir durchaus bewusst. Wie gesagt, ich mache es mir einfach. Wenn das nachher dann stört beim Wachsen und den Spinat beim Wachsen stört, das werde ich dann nachher später rausrupfen. Das geht später immer noch genauso gut. Guck mal an. Das ist noch eine schöne Fläche. Was haben wir hier? So, wie gehe ich das denn jetzt an? Genau. Ein paar Rillen. So, Salat. Zack, 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 zack. Ah, ich hole was anderes. Das. Steckt den gleich hinter mir. Ich glaube, der kann ein bisschen dichter. Aber ich will ein bisschen Raum noch haben, um da was reinarbeiten zu können. Drei rein. Komm, ich nehme noch eine vierte mit. Ein bisschen so. Zack, zack, zack. Ich sehe, da ist keine Raketenwissenschaft. Ich mache es mir immer gern leicht. So, was wollen wir denn? Ich würde sagen, fangen wir mit so einem schönen, dunkelgrünen Spinat an. So wird auf jeden Fall auf dem Foto gezeigt. Habe ich mein Messerchen mit? Nein, ich habe mein Messer nicht mit. Doch, da ist es. Moment. Das darf ja nicht fehlen. So, das tut so gut, mal wieder im Garten zu sein. Echt. So, wie machen wir das denn hier auf? Was ist denn am sinnvollsten? Ja, so geht das nicht. Ich mache jetzt hier so. Dann kniege ich noch ein bisschen weg. Berecht für 10 bis 12 Quadratmeter. Alle drei Zentimeter. Ja, wollen wir mal, ne? Das macht ja Spaß wieder. So, so, so. So, die verteile ich jetzt hier. Fahre ich ein bisschen langweilig. Ich spure mal ein bisschen vor. Ich wollte eigentlich im Wechsel anbauen. Das lasse ich jetzt aber sein. Das ist ja auch schon zu spät. So, so. Alle drei, vier Zentimeter stand irgendwie auf der Packung. Ich mache immer ein Pima-Auge. Zack. Das waren zwei. Das wollen wir nicht. Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist die erste Runde. So. Da wieder zurück in die Pima. Boah, ist hier viel drin. Unglaublich viel. Echt. Spinat. Hätte ich ja nicht gedacht, dass er so, 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 so viel drin ist. Ja, aber alles gut, so wie sie ist. Jetzt kommt der Matador. Sieht genau so aus. Klar. So, das lege ich mal da hin. Der Matador. Oh, ist das Wetter schön. Richtig, richtig schön. Ich genieße das. Die Sonne, die ist gerade so warm. Hätte ich noch nicht gedacht. Das Schöne ist, ich kann hier richtig gut erkennen, wie das ein oder andere Leben an mir vorbeitanzt. Also, ich bin nicht der Einzige, der es, wer da liebt. So, die letzte Reihe. Witzig. Ich war wohl gerade im Moment irgendwann mal ein Wurm kurz oben. Das sehe ich. Ja, da sollten wir ein bisschen Spinat rumkommen. Ich freue mich jetzt schon. Zwei Sorten, die ich noch nicht hatte. Ich hatte ja eine andere Bio-Sorte. Namen würde ich jetzt nicht nennen. Oder ich muss sagen, von allen, die ich von denen hatte, ist geschmacklich nicht viel bei rumgekommen. Und deswegen, da kaufe ich kein Saatgut mehr. Dingheimer Demeter ist super. Das kann ich euch empfehlen. Ja, und ganz unkompliziert. Ich mache jetzt einfach nur die Dinger zu. Da steht ja immer zwei bis drei Zentimeter im Boden. Ich werde jetzt gleich doch nochmal ein bisschen Erde holen. Und es kommt dann ganz leicht oben rüber. Guck mal, ganz einfach. Typ-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub-Dub. Guckt euch das an. Easy. A für Sie, was? Das reicht doch schon, oder? Da brauche ich keine Erde mehr. Ich mache gerne mal so. Kriegen wir mal ganz anders. Ach, das reicht, ne? Ich kenne das ja. hier ist hier leben drin das freut mich richtig das hier ja eigentlich mein kartoffelacker und ich habe gerade einfach mal mich dazu entschieden die erste runde dicke bohnen hier rein zu hauen direkt am rand dafür werde ich noch ein bisschen unkraut entfernen bisschen durchhaken ja ich denke das ist ganz sinnvoll und dann kommen die dicken bohnen direkt hier an rand hin vielleicht sieht das bis hinten durch mal gucken ja auf geht's ich habe mir ein mikrofon zugelegt und anscheinend kann das sehr gut passieren dass man der stecker rausgeht und das alles noch nicht so optimal angebracht ist das habe ich hier die ganze zeit ein video gedreht tonaufnahmen dachte ich hätte ich auch ist leider nicht der fall der stecker war raus vom mikrohne war nur rasche rauschen was ich hier gemacht habe ich habe hier die dicken bohnen ins beet gebracht habe hier hier eine reihe und da eine reihe habe hier nur mit den kleinen graben hier glaube ich würde das am ende dann auch entstehen wenn ich das unkraut rausziehe und dann möchte ich nach dem prinzip leben bringt leben dann hier dann die küchenabfälle mit reinarbeiten gibt ja noch andere sachen die ich ins beet bringen möchte aber das dann zu einem anderen zeitpunkt wie habe ich die dicken bohnen reingebracht ungefähr in einem stand 50 60 zentimeter und dann habe ich so alle zehn zentimeter so ein ding in boden gepackt habe ich hier nicht noch irgendwo ein bisschen dicke bohne ja eine kaputte irgendwo hier war noch was ist jetzt weg ach da ich weiß nicht ob ich sie gerade noch zeigen konnte auf jeden fall schöne schöne sachen waren mehr als genug drin ich hatte bestimmt noch 15 15 über nachher also sehr großzügige saatgutepackung kann man nicht mehr gern gefällt mir richtig gut so lieben das soll es gewesen sein ich denke dass mit der mauretanischen mal will das verschiebe ich vielleicht mache ich das auch erst im oktober weil bisschen mal war habe ich ja da ich will mich auch noch mal einlesen ob das einlesen ob das sich lohnt vielleicht auch in so eine voranzucht zu gehen bei der malve damit die jetzt nicht irgendwie im unkraut untergeht das habe ich bei anderen sachen nämlich festgestellt dass ich da dann so ein unkraut wuchs hatte dass ich nicht unterscheiden konnte was sind jetzt die pflanze was nicht und was nehme ich jetzt weg und das nicht da fehlt mir auch dann die erfahrung deswegen das mache ich lieber noch mal in ruhe ich freue mich ganz froh spinat ist reden die dicke bonus drin die hangover matador spinat genau dann habe ich vergessen ja und ich werde mich jetzt wieder nach hause begeben einen kleinen moment welche noch verweilen weil es gibt noch ein zwei sachen zu entdecken habe ich gemerkt allein der knoblauch geht schon wieder ab das ist unglaublich unglaublich wie der abgeht die anderen pflänzchen auch und auch beim hochbeet da hinten habe ich nicht noch mal reingeguckt ist ja schon wieder eine woche her ich kann je bei jedem besuch sich echt so so eine richtig richtig schöne positive entwicklung klar jetzt zu dieser zeit nicht so doll wie es dann später im jahr sein wird aber ja das wird schon schon richtig schön also das garten ja kann kommen und egal da draußen er macht keinen stress mit der anzug wie ich am anfang gesagt habe das tut mir not fangt mit dem märz an mit den meisten sachen oder so freilern sachen die jetzt irgendwie in die beete können ihr braucht keinen strom verbrauchen gar nichts ich werde euch helfen so ein bisschen als beispiel voranzugehen und dann müssen die lücken zu schließen über den winter und auch was vorräte und so weiter angeht kartoffeln sind ja auch mega guten kartoffeln mangold wächst noch so lange liegt den ganzen winter durch ich denke wenn man das speziell behandelt und kriegt man richtig was raus so jetzt sind wir beim ende ich sag vielen dank fürs zu sehen für alle nicht abonnenten lasst doch gern ein abo da bleibt bei mir ich habe noch ganz tolle sachen vor ansonsten tschüss bis zum nächsten mal euer lars ich bin raus tschüss tschüss